Mathe 4, wurde der Kampf beendet. Bitte Mathe 4 noch mal das Sieger anzeigen. Kampffarbe Rot hat gewonnen, das war David Stracca aus Trenschien. Auf der Mathe 4 geht es weiter mit 46 Kilogramm. 46 Kilogramm Mathe 4. Dort dringen Jonas Hofmann Thalheim und Finn Zipfel Kreitz. Jonas Hofmann und Finn Zipfel zur Mathe 4. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 3. 6. 6. 6. Mathe 3 wird Sieger Jan Koridek, Sokol Kladno. Nächster Kampf auf Mathe 3, 46 Kilogramm, Klaudius Kakol, Teresin und Adrian Schander-Chopau. Bitte kommen Sie zum Mathe 3, Klaudius Kakol, Mathe 3. Klausel, Klausel, Kematke, Klausel, Kulinometer chair & Adrian Schander-Churthau, Mathe 3. Sieger auf Mathe 2 wird Lukas Zöll vom AC Werderau. Zur Mathe 2, 46 Kilogramm, Simon Zaranka, Trenschin und Theo Engelmann, Preußen Berlin. Please come to Mathe 2, Simon Zaranka, Trenschin. Auf Mathe 4 wurde Sieger, Kampffarbe Rot, Jonas Hofmann aus Thalheim. Zur Mathe 4, 50 Kilogramm, Jugend C, Justin Nagler, Thalheim und Diamessa Sagna, Preußen Berlin, Mathe 4. 16 Kilogramm, Jugend C, Justin Nagler, Schander, 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 Schander und Untertitelung des ZDF, 2020